Was sind die Fügel? Guck mal, das könnten die sein. Das ist großartig. Den Geil, haben Sie gesehen? Die drei sind geflogen, was? Ja, ja. Das war ein Geil, ja? Oh, ja, mit 30. Große, sehr große Fügel. Ja. Nichts für eine Welt zu sparen. Oh, ja. Sind Sie aus Deutschland? Ja. Wo? Das ist Karlsruhe. Was ist in Baden-Württemberg? Äh, Baden-Württemberg. Ah, okay. Ja, was? Okay. Wo machen Sie dann Urlaub? Wo sehen Sie stattfinden? In Goma Goyen. Ah, in Goma Goyen, ja. Schon... Nur sechsmal, ich schon zehnmal. Oder achtmal, oder? Ja, in Goma Goyen. Ah, ich bin hier. In Goma Goyen. I dann, in Goma Goyen. Ja, und dann in Goma Goyen. Ja, und dann in Prat. Aber wie? Aber Sie stehen da, oder? Da stehen da, ja? Ah, so sind wir auf Prat. No, no, no... Das ist nicht die richtige Stellung. Geht ihr dann immer weiter, oder? Jeden Tag, ja. Aber nicht nur da rauf immer, oder? Nein. Verschiedene. Hier gibt es auch viele verschiedene. Ja, ganz viele. Ja, gestern waren wir im Schnalztal am Fernabzehen. Ah, im Schnalztal, ja, ist auch schön. Ja, es ist echt schön. Ja, Berge haben wir hier. Toll, ja. Ja, das ist schön, ja. Es ist sehr schön, ja. Es ist sehr schön, ja. Es ist sehr schön, ja. 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 Vielen Dank.